In diesem Video werde ich mal wirklich alle Hosen fallen lassen und über meine Blockade berichten, weil mir ist das ein Grundbedürfnis und das steht mir im Weg und ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Nach dem Intro erfahrt ihr, was alles so los ist bei mir. Moin Leute und willkommen zu diesem anderen Video. Ich habe mir heute extra kein Skript gemacht und so. Außer die üblichen Gedanken. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo so viel bei mir los ist und ich muss den ganzen Scheiß mal einfach loswerden. Einfach nur aus dem Grunde, damit ich euch gegenüber authentisch bin. Aber vor allem, damit ich mir gegenüber authentisch bin und mir nicht mehr diesen ganzen sinnlosen Kopf mache. Weil ich sage es euch, auch wenn bei mir jetzt ehrlich gesagt so ziemlich viel am Laufen ist und alles klappt und so weiter und so fort, habe ich innerlich nämlich das Gefühl, dass ich bei Social Media so eine Art Maske aufhabe. Oder ich kann es nicht beschreiben, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwas blockiert mich, der zu sein, der ich bin. Und das ist jetzt einfach mal so der Versuch, mal über alles zu quatschen. In der Hoffnung, dass mir nicht morgen mein Nachrichtenpostfach explodiert und ich 10.000 Mails kriege. Aber nein, Quatsch. Das sind wieder so, weißt du, so die Momente, wo ich ein bisschen übertreibe. Aber es ist ehrlich so. Ich habe mir so viel aufgebaut, obwohl mir niemand was zugetraut hat. Ich habe so viel einstecken müssen während der ganzen Jahre. Aber ich bin mir immer treu geblieben. Was auch ganz gut ist. Darum bin ich da, wo ich bin. Und darum weiß ich auch, wo ich hin will. Nur eine Blockade in mir ist dennoch da. Und hält mich ehrlich gesagt in manchen Sachen so zurück. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Oversinker, Überdenker oder Oversinking, Überdenken, ein Begriff ist. Aber bei mir hat diese ganze Zeit in meinem Leben, das vorherige Leben, das Mitbehinderung und auch die ADHS, die ich wohl habe, die diagnostiziert ist. Dazu kommt noch auch. Das hat alle Spuren in mir hinterlassen. Wie soll ich das sagen? Ich sage mal so. Als ich querschnittgelähmt war am Anfang, mein Selbstwertbewusstsein war im Keller. Ich hatte meine Träume. Ich wusste, wo es lang geht. Ich bin Stück für Stück lang gehangelt. Und ich habe viele einsame Stunden verbracht. Zum einen, weil ich mir selber am Weg stand und keinen Bock auf Kontakt hatte. Weil ich einfach selber nicht wusste, warum ich da in dem Moment keinen Bock auf Kontakt hatte. Ich hatte natürlich soziale Kontakte. Das ist es nicht. Aber ich habe mir viel Zeit für mich genommen. Was mir gut tat. Was mir richtig gut tat. Also ich habe mich viel mit mir beschäftigt. Ich habe echt mich auf die Suche begeben, wer ich denn überhaupt bin und wo ich denn hin muss. Beziehungsweise hin möchte. Müssen tue ich gar nichts. Und es war eine sehr gute Zeit. Es hat mir viel gebracht. Und ich bin auch schon viel weiter, was den ganzen Kram angeht. Ansonsten hätte ich nicht die Jahre Social Media gemacht und so. Und mich immer wieder meiner Komfortzone gestellt. Ich habe so viele Outtakes aufgenommen, auch wenn ich nichts veröffentlicht habe, was ich dann nicht schneiden wollte. Weil das Fummelarbeit war und schlussendlich ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was ihr davon denkt. Schlussendlich, unterm Strich, ich kriege meinen Scheiß geregelt. Ich habe mein Leben mir aufgebaut. Ich habe meinen Job. Ich habe meine Wohnung. Ich kann die Tür zumachen. Und mir ist es scheißegal, was andere Leute von mir denken. Es kann mir scheißegal sein. Mir ist es auch bewusst. Aber irgendwas in mir zum Beispiel hat das noch nicht ganz verarbeitet. Deswegen bin ich auf die Suche nach dem inneren Kind gegangen. Ich habe mir Hörbücher dazu angehört. Ich habe Achtsamkeitsübungen gemacht. Ich habe Meditationen gemacht, etc. pp. Aber irgendwie ist es zwar besser geworden, aber ich bin noch nicht da, wo ich angekommen sein wollte. Und dementsprechend habe ich jetzt auch extra nochmal über Jahre hinweg mal mehr oder mal weniger aktiv nach einem Therapieplatz gesucht. Ich war schon bei falschen Psychologen, Psychiatern, wie sie sich alle schimpfen und kriege erst mal einen Termin. Also da geht ganz schön Zeit drauf. Dann bekommt man das selber mal nicht mehr mit, weil man es vergessen hat. Und dann geht es einem wieder richtig scheiße, weil irgendwas nicht läuft. Und man kommt dann wieder auf den Trichter. Und ja, ich habe mich darum gekümmert. Habe mich darum gekümmert. Eine barrierefreie Praxis. Kannst du so gut wie knicken im Hamburger Osten. So gut wie nichts. Zumindest nicht bei der KVHH Krankenversicherung Hamburg, wo man nach Therapeuten suchen kann. Nein, das ist alles im Hamburger Osten. Das ist alles im Hamburger Norden. Leute, ich meine wirklich. Ich habe mich echt um mich gekümmert. Ich war sogar in einer Tagesklinik, wo ich dann dachte, ich war falsch. Ich war beim ADHS-Coaching. Das ist nur so ein Aspekt. Übrigens zum Therapieplatz, bevor ich jetzt wieder abgeschwiffen bin. Ähm, ja, ich habe einen Therapieplatz und der geht irgendwann wahrscheinlich so in fünf Monaten los. Ähm, ADHS-Depression, wenn ihr es genau wissen wollt. Ähm, weil ich einfach noch eine Ecke in mir habe, die ich loswerden muss. Und da stehe ich jetzt zu. Ich habe ja die Nachrichten erwähnt. Diesmal in diesem Video ist mir echt alles scheißegal. Ich weiß nämlich auch, dass Leute aus der Klinik und so weiter das gucken und so. Ähm, ja. Genug jetzt über meine Gedanken. Ähm, ausgetauscht in der Hinsicht. Es ist ja nicht nur Depressionen oder so. Aber ich habe mich auch persönlich weiterentwickelt. Ich habe viel gelesen. Ich habe mich schlauer gemacht. Ich habe meine Fachlektüre gelesen. Mann, ich habe mich mit dem 3D-Druck beschäftigt. Ich habe Filmproduktion, den fairen Lehrgang gemacht. So ein Crashkurs. Auch wenn ich am Ende ehrlich gesagt keinen Bock mehr hatte, weil ich meine Infos hatte, die ich haben wollte und auch eine Menge gelernt habe. Ähm, ich habe mich jetzt mit einer Studio-Software auseinandergesetzt und auch was noch eingerichtet. Da komme ich am Ende nochmal zu. Nur damit das auch mit der Community alles besser klappt und für mich einfacher ist. Ich bin schließlich gehandicapt. Also Tetrastyle sieht komisch aus, funktioniert aber. Ähm, aber ich habe mir auch viele Webinare reingezogen über uns Menschen. Wie sind wir gestrickt? Ich habe mir viel über Ernährung reingezogen. Ich habe mir aber auch viel reingezogen, ähm, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Tobias Beck, ähm, Dr. Stefan Friedrich und wie sie alle heißen. Oh, Björn. Super Typ, genau wie Peter Bier. Ähm, nur mal, um das am Rande zu machen. Und das war die geilste Sache, die ich machen konnte, weil das eine Investition in mich war. Ich weiß, wo ich hin will. Glaubt mir, ich weiß wirklich, wo ich hin will. Da komme ich dann nochmal bei Träumen zu. Ich habe jetzt aber auch noch einen Haufen voll zu tun. Ähm, zwecks Spendenaktion für das BG-Klinikum. Ähm, und die Fördergemeinschaft für die Patienten. Nämlich, ähm, BG-Klinikum im Querschnitt-Genehmtenzentrum. Äh, Track Release kommt auch noch. Ich habe ein Musikvideo gedreht. Ja, ich habe es wirklich gedreht. Es ist fertig. Ähm, mit der Veröffentlichung muss das geplant werden. Ich habe eine Einkommens- und Vermögensanrechnung. Ich will aber, dass die Einnahmen von diesem ganzen Projekt als Spenden rübergehen. Und muss da ehrlich sagen, ich hoffe, das klappt alles so. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht weiter. Ja, ähm, dann habe ich aber auch noch, ähm, meinen Job. Ich habe aber auch noch eine Freundin. Ich habe dann aber auch noch irgendwo ein Privatleben. Ich habe einen Bruder. Ich habe noch Leute über Social Media, mit denen ich mich austausche. Frisch Verletzte über mein Ehrenamt und so. Ich habe eine Menge zu tun. Ich weiß, dass das alles gut ist. Und, ähm, ja, ich bin gerade selber überwältigt, wenn ich, ähm, wenn ich das mal so sagen darf. Einfach aus dem Grunde, weil ich eben darüber gesprochen habe, was so bei mir im Kopf war. Ähm, nicht falsch verstehen. Das hat nichts mit Jammern zu tun oder so eine Sache. Sondern ich will euch wirklich authentisch zeigen. Ich habe auch meine Probleme, egal wo ich jetzt im Leben stehe. Ich mache nur eine Sache. Ich stehe auf und kämpfe gegen andere. Stück für Stück. Wenn das bedeutet, ich muss einen Text schreiben, der vier Stunden braucht, weil ich keine Ahnung habe und unsicher bin, dann mache ich es. Ja, es dauert das eine oder andere ein bisschen länger. Und ich neige auch dazu, mir viel zu viel in den Kopf über irgendwas zu machen. Aber ich mache es. Genauso wie ich andere Sachen mache. Auch wenn ich jetzt bei Social Media nichts unbedingt veröffentlicht habe, heißt das nicht, dass ich nicht was aus meinem Leben mache. Und Social Media, so leid es mir tut, ist zwar ein wichtiges Tool und ist auf meinem Plan, den ich habe, und meine Ziele extrem wichtig. Ähm, aber ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Ich muss nicht immer alles posten. Ich brauche meine Hände zum Fahren. Ähm, und, ja. Ich kniffele dann auch immer lieber meiner Freundin. Ähm, ich kriege bald einen Hund. Äh, Assistenzhund. Da komme ich aber nochmal drauf zurück. Ähm, und so weiter. Da ist Social Media schon echt für mich jetzt neueste Komfortzone. Ähm, aber das wird alles zukünftig ein bisschen einfacher. Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal noch um die Peer-Tätigkeit und das, ähm, Peer-System am BG-Klinikum, am Querschnittzentrum. Ähm, dass die Patienten regelmäßigen Stammtisch haben, dass die Patienten Informationen bekommen, was ich ja ehrenamtlich mache. Ähm, ich kümmere mich auch noch darum, dass, ja, eine Spendenaktion gestartet wird, dass, ähm, ein Transporter für die Patienten und auch, ähm, für die FGQ zur Verfügung steht am BG-Klinikum. Ähm, damit die Patienten mit ihren Angehörigen Ausfahrten machen können oder auch wir Peers mit den Patienten Ausfahrten machen können, weil die können das gut gebrauchen. Mir hat das sehr geholfen. Ich bin damals im Krankenhaus dauernd raus gewesen, Erfahrungen draußen sammeln und mal ein bisschen Abstand zum Krankenhaus zu bekommen. Das war verdammt wichtig. Das möchte ich den Querschnittgelähmten dort, äh, frisch verletzten Patienten und so weiter alles ermöglichen. Da kommt dann noch eine Spendenaktion, ähm, ich habe mir dazu auch noch was überlegt und dann kommt der Track auf jeden Fall bei mir, ähm, demnächst seid gespannt. Dann möchte ich aber noch Auto fahren. Ja, ich kann meinen Führerschein nächstes Jahr im Februar wieder holen. Ähm, und, ähm, ich will vorab aber noch einmal auf dem Verkehrsübungsplatz. Ich habe nämlich gerade so ein paar, ähm, nicht fahrtaugliche Leute, um das mal so auszudrücken, ähm, bei mir und, ähm, ich weiß nicht. In die ganzen Jahre ist es immer mehr der Wunsch geworden, ähm, ich will unabhängiger sein, deswegen auch der Assistenzwund, zu dem ich nochmal komme. Ähm, hm. Ähm, und vor allen Dingen auch, äh, Führerschein. Ich will selber fahren. Ich bin Autofahrer, das hat damals schon geklappt. Ich kann der Assistenz sagen, wie sie das Lenkrad einschlagen soll und, äh, auspacken, einpacken, etc. pp., äh, so muss ich das auch hinkriegen. Da habe ich Bock drauf. Und das ist für mich Freiheit. Ich darf aber noch in die Eingliederungshilfe wechseln, ähm, da ich leider immer noch SGB 12 Leistung bekomme. Da komme ich aber auch nochmal darauf zurück, äh, weil das Thema Eingliederungshilfe bedeutet für mich wieder einen riesen Aufriss. Ähm, mal gucken, äh, ob ich das alles hinkriege, ähm, ohne großen Aufriss. Einen Ablehnungsbescheid habe ich schon, nur zum, nur zum Gedankenrüttler, ähm, aber ich will da rein. Ich brauche das. Äh, ansonsten wird das mit meinem Plan alles schwierig und das ist schon so eine All-In-Karte. Aber ich sage es euch, anschnallen, Popcorn holen und wenn der Plan klappt, ähm, ja, dann sage ich das jetzt so, wie ich es im Kopf habe. Dann zeige ich der Politik und der Wirtschaft einen Mittelfinger. So viel dazu, jetzt habe ich es gesagt, aber mehr dazu, ähm, zum Thema Träume und, ähm, ja. Also, ihr merkt, ich habe, oh, nee, nein, nein, mir fällt noch was ein. Woran ich so in letzter Zeit gearbeitet habe. Ja, ich weiß, meine Instagram-Posts sind ein bisschen unregelmäßiger geworden nach einem Monat oder so. Aber ich habe einfach Besseres zu tun gehabt und konnte mich nicht darauf konzentrieren. So, ich werde jetzt mal ein bisschen spoilern. Ähm, und zwar bastel ich an einem Twitch-Stream. Ich will einen Stammtisch für Menschen mit Einschränkungen, hauptsächlich Tetras, erstmal für den Anfang machen. Und interessierte Leute, dass, jeder ist herzlich willkommen, davon mal abgesehen. Aber, ähm, hauptsächlich Tetras, um denen eine Perspektive zu zeigen. Dieses Ganze werde ich auf Twitch machen. Es macht für mich das einfacher, ähm, und es ist auch, ähm, später ganz gut für Streaming und für Unterstützung. Und, ähm, ja, ich habe mich da einmal reingefuchst. Äh, warum soll ich die Plattform wechseln? Für YouTube gibt es dann von diesen Sendungen, die ich dort mache, ähm, Zusammenschnitte. Keine Angst, keine Gaming-Videos, die werden nur auf Twitch zusammen sein. Wenn ihr Bock übrigens, äh, habt mit mir auf Twitch mal zu streamen, irgendwelche Games zu zocken und zu quatschen, kriegen wir das auch hin. Ich möchte aber, ähm, hauptsächlich dann halt auch mit anderen interagieren. Perspektiven für Tetraplegikas aufzeigen, was nämlich dann sehr interessant ist. Nicht nur ich habe ein bewegtes Leben, ne? Boah, Kokaina. Kokaina. Ja, geil. Ich kann jetzt einen nämlich auf Stefan Raab machen. Ich teste, ich teste. Macht echt Spaß. Ich habe mir nämlich hier was zusammen gebastelt. und, ähm, ja, dazu kann ich nur sagen... Wieder ein Spielzeug mehr zum Ausprobieren. Ich habe ja noch nichts zu tun. Ein Spielzeug mehr zum Ausprobieren. Ich habe mir hier ordentlich was hingezaubert für Stream. So sieht das zum Beispiel aus, wenn ich, ähm, ja, starte. Rechts könnt ihr in den Chat schreiben. Ihr bekommt dann Bescheid. Ähm, Pause zeige ich euch jetzt nicht. Aber ich kann euch zeigen zum Beispiel, Chat mit Facecam. Andere Kamera. Ja, jetzt ist mein Licht hier irgendwie. Ich wollte die Kamera anders einstellen. Ähm, ja. Andere Kamera. Jetzt kann ich hier mit jemanden anders in Großbild chatten. Ich kann supergeile Videoclips einspielen, die die gemacht haben, um euch zu zeigen, was noch so alles möglich ist. Mega Feature. Ich kann aber auch... Ist, seht ihr? Rechts ist der Rahmen, links ist das Bild. Machen wir es andersrum. Zack. Ich kann euch mal ein Bildschirm zeigen. Ich kann spielen. Ich kann Musik machen. Ähm, ja. Ich kann hier viele nette Sachen machen. Und einfach besser mit euch kommunizieren. Ähm, schneiden muss ich dann nicht. Lasst uns eine Stunde Spaß haben. Lasst uns zwei Stunden Spaß haben. Schreibt mir, wenn ihr irgendwelche lustigen Themen habt, in den Chat. Oder nehmt dran teil. Je nachdem. Seitenteil der Community. Ich habe echt Bock drauf. Weil ich habe noch einiges zu erzählen. Und ja. Ich schaue mal gerade kurz. Mist. Da habe ich es noch nicht eingefügt. Ist noch die Beta. Gebe ich zu. Zack. Gehen wir doch mal auf. Puh. Wo habe ich es denn drin? Mist. Ich muss, glaube ich, wieder ganz runtergehen. Das habe ich noch nicht eingebunden. Das ist ein bisschen Aufriss. So. Vollbild Sony. Hier habe ich das drin. Zack. Weniger behindern, mehr möglich machen. Das ist das Ziel. Ja. Weniger behindern, mehr möglich machen. Was ich aber auch geil finde. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ich fühle mich diskriminiert. Egal. Wir können ein bisschen auf der Behindertenpolitik rum. rumreiten. Wir können uns darüber austauschen. Wir können Ideen entwickeln. Wie es weitergehen soll. Ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann dazu stoßen tut. Das war es jetzt von meinem offenen Video, was ich jetzt nicht schneiden werde. Freue mich, dass du zu Ende geschaut hast. Lass doch mein Video gerne einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns in einem neuen Video und hoffentlich bald auch auf Twitch. Also folg mir auf Instagram, bekommst du die neuesten News. Bis dann. Cheerio.